Ey, shit Ey, shit Sieh nur, dass du denkst, wie sie Dass du akzeptierst, wie sie sich an die Frau, wenn du zu sein hast Sie reden, manipulieren, du hast du funktionierend Denen ist egal, dass du ein Mensch bist Und siehst du nicht, wie sie Bist du ein Leutnerschwurbler, Verschwörungstheoretiker oder rechts? Ich hab darauf nur eine Antwort Deutschland in Deutschen, ja, ich bin rechts Für das Land, für das Holz, für die Sicherheit in unserem Land Germany first, tief in mein Herz eingebrannt Schenkt ihr euch nicht oder habt ihr es vergessen? Schön, einmal Deutschland war ohne tödliche Messer Überall Überwachungsorgane, Securities in Deutschland Absichern, wäre das nicht die Flücht des Staates? Hat man das Volk denn je gefragt? Sie ließen Menschen in unser Land ohne Benehmen Sondern mit Herrenden, Verstand, kein Respekt Aggressivität, Problem Ich hab darauf nur eine Antwort Deutschland in Deutschen, ja, ich bin rechts Für das Land, für das Holz, für die Sicherheit in unserem Land Germany first, tief in mein Herz eingebrannt Ich bin geboren in den Afrika, die 90er-Mandai Türken, Italiener lebt zusammen, gab wenig Streit Seit 2005 kam der Teufel ins Land Spaltet uns und das mit Gewalt Erzogene Ideologie mit Hass in ihrem Herz Verbrechen sie in den Schneckenraten bei dem Schmerz Es werden einmal Tage kommen, da werdet ihr nicht lachen Ich hab darauf nur eine Antwort Deutschland in Deutschen, ja, ich bin rechts Für das Land, für das Volk, für die Sicherheit in unserem Land Germany first, tief in mein Herz eingebrannt Wir lassen unsere Geld von Schattenregierung Wo Olaf nicht zu melden hat Sondern brav unser Land nur Beachtung hat Wo Bürger sich leisten können Wo Menschen eingeladen werden Ukranina hat der Arzt und Kern Bekommen direkt die Wohnungen und Geld vom Staat Wo sind die Wohnungen für Deutsche, die auch noch los sind? Aber Milliarden, Hilfen für China Angebliches Entwicklungsland Geld der Autofahrer Gestohlen im Entscheidenprojekt Eure Hände sind Gift Eure Fahrzeuge leer Schluss mit der Ampel, blau muss her Ich hab darauf nur eine Antwort Deutschland in Deutschen, ja, ich bin rechts Für das Land, für das Volk, für die Sicherheit in unserem Land Germany first, tief in mein Herz eingebrannt Ich hab auf Amen.